Die Karten bitte. Hier bitte. Ihr könnt rein. Ey, da sind Heinz und Otto. Hey Leute, was geht ab? Hey Leute. Wollen wir nicht mal in Urlaub fahren? Wir können den Wagen von meinem Vater nehmen. Gute Idee. Ja, klar, können wir machen. Los geht's. Papa, können wir in Urlaub fahren? Ja, klar, und wann? Na jetzt so. Ich sitz hinten. Nein, ich sitz vorne. Juhu, ich sitz hinten. Ich auch. Da ist ein Unfall. Die Kuh, pass auf. Ich hol schnell einen Arzt. Lass uns picknicken. Ja, okay. Komm Otto, wir spielen Ball. Klar, Julia. Ja. 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 Der Kался. Ja.